Vielen Verbrauchern verderben solche Bilder den Appetit. Die Bedingungen, unter denen die Masse der Nutztiere in Deutschland gehalten wird, finden immer weniger Akzeptanz. Eine der Hauptforderungen der Gesellschaft an die Landwirte lautet mehr Tierwohl. Doch trotz mehrerer Initiativen und diverser Label und Siegel geht es damit nur schleppend vorwärts. Auch das dreistufige staatliche Tierwohl-Kennzeichen, das zuerst einmal nur für Schweine gilt, dürfte kaum der große Durchbruch sein, egal ob es verpflichtend oder freiwillig eingeführt wird. So die Prognose von Volkrat Isermeyer, dem Präsidenten des Thünen-Instituts, einer Forschungseinrichtung des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Wir brauchen nur anzuschauen, was die 15 Jahre staatlicher Kennzeichnung im Eierbereich gebracht haben. Da haben wir eine staatliche Kennzeichnung. Und das Ergebnis ist eigentlich recht klar. Die Verbraucher greifen überwiegend zu dem, was immer noch gerade billig ist, nämlich Bodenhaltung. Und nur wenige Verbraucher greifen zu Freilandeiern. Das wird an der Fleischtheke kaum anders aussehen, trotz staatlichen Tierwohl-Labels. Die Erzeuger werden liefern, was sich verkauft. Hauptsächlich also Tierwohl-Light, knapp über dem gesetzlichen Mindeststandard. Ein paar Schweine weniger in der Bucht, ein bisschen mehr Spielzeug. Denn ein deutlich höherer Standard würde teure Um- oder Neubauten erfordern. Und wesentlich mehr Arbeitsaufwand. Welcher Landwirt riskiert das, ohne zu wissen, ob sich eine solche Investition auch lohnt? Wenn der Staat das gesellschaftliche, das Staatsziel Tierschutz erreichen möchte, dann muss er Rahmenbedingungen schaffen, die den einzelnen Landwirten Planungssicherheit geben. Und die Landwirte werden nur dann in teure Produktionssysteme investieren, wenn sie wissen, sie bekommen eine Unterstützung bei der Investition, Investitionsförderung. Und sie werden auch später, wenn sie dann jährlich teurere Produktionskosten in Kauf nehmen müssen, auch durch eine Tierwohlprämie unterstützt. Mit einer solchen staatlichen Finanzierung ließe sich nach Isameyers Schätzung in einem Zeitraum von ca. 20 Jahren flächendeckend eine Nutztierhaltung auf sehr hohem Tierwohlstandard und mit deutlich besserer Tiergesundheit realisieren. Doch noch fehlt eine Grundvoraussetzung. Das Allerwichtigste ist, dass zunächst einmal in Deutschland Klarheit geschaffen wird, wohin die Reise mit der Nutztierhaltung überhaupt gehen soll. Denn bisher wird unter einer Verbesserung des Tierwohls etwas sehr Unterschiedliches verstanden. Und da muss eine Grundsatzentscheidung her. Diese Grundsatzentscheidung gibt es bisher nicht. Die Politik müsste sich also auf eine nationale Nutztierstrategie einigen, die verbindlich festlegt, welche Tiere unter welchen Bedingungen gehalten werden sollen. Als Orientierung nennt Volkhard Isameyer das Niveau, das der Deutsche Tierschutzbund für die Premiumstufe seines Tierschutzlabels verlangt. Für alle Tiere deutlich mehr Platz und Frischluftkontakt oder Auslauf ins Freie. Neben diversen anderen Verbesserungen gegenüber dem aktuellen gesetzlichen Mindeststandard. Die Betriebe müssten schrittweise an dieses Niveau herangeführt und parallel dazu die Tierschutzauflagen erhöht werden. Zur Planungssicherheit gehört, dass jedem Landwirt, der seinen Stall den Vorgaben entsprechend modernisiert oder neu baut, ein Bestandsschutz von 20 Jahren gewährt wird. Denn neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Praxiserfahrungen werden auch immer wieder Korrekturen nötig machen. Doch wie soll das alles finanziert werden? Experten rechnen mit bis zu 5 Mrd. Euro, die jährlich investiert werden müssten, damit es allen Nutztieren in Zukunft grundlegend besser geht. Zum Vergleich, das Gesamtbudget der Brancheninitiative Tierwohl liegt momentan bei 130 Mio. Euro im Jahr. Könnte man von den 5 Mrd. EU-Direktzahlungen, die deutsche Landwirte nach dem Gießkannenprinzip pro Hektar Fläche jährlich erhalten, einen Teil für mehr Tierwohl abzweigen? Das dürfte auf enormen Widerstand stoßen. Und verwendet man Geld aus der sog. 2. Säule der EU-Förderung, fehlt es für ländliche Entwicklung und Umweltschutz. Eine weitere Option wäre die Umschichtung von Steuermitteln im Bundeshaushalt, zu Lasten anderer öffentlicher Aufgaben. Und dann gibt es den Vorschlag, den ermäßigten Mehrwertsteuersatz für Fleisch- und Milchprodukte aufzuheben und diese mit den vollen 19% zu besteuern. Dann würden in der Größenordnung 6 Mrd. Euro zusätzlich in die Staatskasse kommen. Wenn wir dann für die Nutztierstrategie ungefähr 5 Mrd. bräuchten, um Tierwohlprämie und Investitionsförderung zu finanzieren, hätten wir immer noch eine Milliarde über. Und diese Milliarde wäre auch sinnvoll einzusetzen, um die sozial besonders schwachen Haushalte zu entlasten. Auch wenn der Fleischkonsum vermutlich leicht zurückgehen würde, müsste also niemand auf seinen Sonntagsschnitzel verzichten. Da Steuermittel aber nicht zweckgebunden erhoben werden dürfen, befürchten manche Kritiker, dass die gewonnenen Beträge aus der Mehrwertsteuer nicht zur Finanzierung des Tierwohls verwendet werden. Anders wäre das bei einer Sonderabgabe auf Milch- und Fleischprodukte. Aber auch die könnte der Gesetzgeber jederzeit wieder streichen. Letzte Hürde, eine nationale Tierwohlinitiative muss mit EU-Recht in Einklang gebracht werden. Der Präsident des Thünen-Instituts hält all diese Detailfragen für lösbar, sofern wirklich ein gesellschaftlicher Konsens besteht, dass hohes Tierwohl den gleichen Stellenwert hat wie andere öffentliche Aufgaben. Wenn wir dagegen so weitermachen wie bisher, dürften zunehmend Gerichte über Fragen der Tierhaltung entscheiden. Und die Gerichte zwingen dann die Politik, das Fachrecht zu verschärfen. Und dann erhalten die Landwirte höhere Auflagen ohne zusätzliche Finanzierung. Und das führt schrittweise zur Abwanderung der Tierproduktion in andere EU-Mitgliedstaaten. Eine klare Nutztierstrategie, gekoppelt mit Investitionsförderung und Tierwohlprämie, wäre da die deutlich bessere Option. Für die Tiere, die Landwirte und die Verbraucher.